Ja, guten Tag. Das ist dieser besagte Burger, von dem ich schon so viel gesprochen habe. Ich bin gerade im Movie Park. Es ist ungefähr, ich glaube, halb neun. Ja, und ich habe mir mal einen Cheeseburger geholt. Und allen Leuten wird es sicher interessieren, was ich dazu zu sagen habe. Ich werde den nun mit einer Hand auspacken. Das ist er. Ja, es ist eigentlich einfach ein ganz normaler Cheeseburger. Sieht jetzt ein bisschen ranzig aus, aber er ist wirklich sehr lecker. So, dann probieren wir ihn einfach mal. Ja, das Fleisch ist schön gut gegrillt. Der Käse schmelzt sich. Ja, ansonsten ist auf dem Burger Zwiebeln, Ketchup. So sieht das aus. Also, das Fleisch ist wirklich gut gewürzt. Schmeckt auch wirklich, als ob es von einem Grill kommt. Und schmeckt auch wirklich nach Rindfleisch. Also, ich kann nichts Negatives an diesem Burger feststellen. Gut, das Brötchen sieht nicht ganz so schön aus. Aber es ist ja auch erstmal egal. No done. Ich bedanke mich dafür, dass ihr euch dieses Video reingezogen habt. Und ich muss es einfach nochmal abbeißen. Also, das ist wirklich ein sehr leckerer Burger. Ich kann es nur nochmal erwidern. Also, dann. Ich gehe jetzt noch ein bisschen Achterland fahren. Also, dann. Haut rein. Euer Alp. Jo watch, das ist Fernsehen. larva, bait. äääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää!!